Hallöchen Türchen Numero 8 wir schnacken nicht lange Scheiße wie ist denn das jetzt passiert Ach dann Das muss einfach so liegen was ein kack so wir haben wieder ein bit ein philips bit und zwar ein ph2 sieht man ja was soll ich dazu groß sagen ist jetzt schon der dritte mittlerweile selbe qualität wie die anderen auch und ja würde ich sagen bis zum tüchen Numero 9 Tschö